hallo schön dass ihr da seid ich gucke mir das zweite video von vati video an dark souls story lore black iron tarkus ich mache die untertitel wieder an und black iron tarkus sagt mir jetzt im ersten moment nichts ich habe das spiel aber auch auf deutsch gespielt wir schauen mal rein ok es handelt sich um den eisengolem moment was ach so nee ok es handelt sich um ok ich dachte es geht um den eisengolem aber das scheint jemand anders zu sein ich vermute an dieser stelle dass ich ihnen nicht mitgenommen habe dass das ein npc ist der einem beim eisengolem hilft der reise bernaik und der heavy arm and weaponry there is no nation that is physically stronger but even among them there was tarkus a night renown having strength great enough to sport a set of heavy black iron that was unique to him alone was land outside of lordran but it was not free from the curse of the undead as the curse spread okay es geht um einen typen der diese rüstung trägt von den von diesen großen rittern aber in schwarz ja wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe die rüstung kann man selber auch finden im spiel benutzt habe ich sie nie aber das schild den schild den schild den schild den habe ich benutzt society crumbled countless nights became undead but the nights had not lost their sanity yet throughout the neighboring lands a prophecy was spreading an old saying from a store that said this now who art undead art chosen in thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords when thou ringest the bell of awakening the fate of the undead thou shalt no the fate of the undead with nothing else to go on the undead knights of berenike ventured to lordran which was told to be at the heart of the undead curse they were right the gods were partly responsible for the crumbling world the light in anor Londo is an illusion and many gods have already abandoned the world of men for the real light the first flame was fading there was one path into anor Londo das licht in anor Londo Londo ist okay fake und es bricht langsam aber sicher alles zusammen okay das war jetzt ganz schön viel und dann kommt er aus aus einer aus einer region die nicht hier in dem in spiel jetzt ist aber auch vom fluch der untoten betroffen ist gut nehme ich jetzt aktuell noch nicht so viel mit weil ja ich habe ich habe ihn nie gesehen und sein schicksal das keine ahnung ihn habe ich nie mitgenommen aber ich gucke weiter and that was through sense fortress so the knights of berenike through themselves at the deadly castle trying to force their way through and they were not the only ones within sense fortress we see the hollowed forms of both knights of berenike and a bolder two nations that attempted to reach the land of the gods desperate to discover the fate of the undead near the top of sense fortress there is an undead man who desperately tries to retain his sanity remember counts yeah count count one one two three four 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 five five six seven uh he has seen all the heroes passed through sense fortress never to return for a century they've tried Und er hat sich, die Night King Rendell, Black-Ein Tarkus und sogar Logan selbst. Du wirst keine Chance sein, du wirst du niemals essen. Aber du wirst, wenn du willst. Wenn du nur zu tief in deine Despair hast. Sie all failed. Every Knight of Berenike, Every Boulder Knight, The Night King Rendell und Logan selbst. Every one of them failed. Except Tarkus. Tarkus conquers the fortress, Leaving his hollered brothers behind. He carves his summoning sign at the top of Sen's Fortress, so his spirit will be able to aid anyone else who comes as far as he does. Time is convoluted in Lordrime, and even if Tarkus is already dead, his spirit will remain to aid those who need help with the final step, even if those heroes exist in another dimension. For guarding the final step to Anor Londo is the Iron Golem. It is said that the soul of this construct was originally the bone of an everlasting dragon, and it has slain countless heroes seeking Anor Londo. For the sake of all those who came before him, Tarkus prevails. He becomes the first one to make it to Anor Londo. But the tragedy begins here. For when Tarkus arrives at Anor Londo, he finds the path retracted before him. He must break into the palace, by the only path available. Up a narrow ledge, through a window, and across the ceiling rafters protected by painting guardians. This operation runs counter to his skills. Encumbered by his armour and huge weaponry, Tarkus falls to his death on the rafters, and is dragged into a corner by the painting guardians. But his death is not invented, because now the path is clear and Tarkus helped you there. For the sake of the fallen, we carry on. Okay. Ja, von dem Kollegen hatte ich jetzt nicht so viel mitgenommen. Ich bin gerade kurz am überlegen, ob es irgendwas gibt, dass ich jetzt mehr weiß. Nicht, dass mir wieder was im Nachhinein einfällt, was ich dann per Text einfüge. Möchte ich vermeiden, deswegen überlege ich ein bisschen länger. Den Storyteil habe ich komplett verpasst. Diesen Ritter in dem Turm, den habe ich gefunden. Ja, und der hat eben erzählt, dass da viele durch sind, genau. Insgesamt ist die Erzählung der Geschichte in Dark Souls doch sehr vage. Und die nimmt einen auch nicht mit. So, das ist alles irgendwie entfernt beim Spielen und auch jetzt bei diesen Story-Dingern. Hm. Okay, viel habe ich jetzt hier nicht mitgenommen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.